Hallo, hier ist der Martin von Moneymonkeys, das ist die DAX-Anlöse für Donnerstag, den 19.08.2021. Schon eine bessere Vorbereitung für einen Donnerstag hätte man kaum bekommen können. Das FOMC-Protokoll hat hier jetzt ein Tapering letztendlich bestätigt und da haben viele drauf gewartet und sind jetzt, man könnte schon fast sagen, übermütig hier in die Shorts reingestürzt und bisher gibt der Magdum auch auf jeden Fall recht, also da würde ich jetzt gar nicht vonneinen. Ich möchte aber auf jeden Fall ein bisschen sensibilisieren, weil wir kennen Donnerstag, wir kennen alle Donnerstage, wir wissen, wie die gerne mal laufen und die sind eher dafür bekannt, insbesondere in den letzten Monaten, dass sie uns unten raus nochmal ein bisschen antriggern und am Ende steht der DAX fast auf einem neuen Wochenhoch halt. Und auch wenn das absolut surreal erscheint, ist es halt immer wieder der Markt, das ist die Börse und die Börse ist nie real, sie ist nie rational. Viel zu oft kommt es einfach vor, dass die Leute am Tagesende dastehen und sagen, sie sind alle völlig bekloppt, was hier wieder ist und ja und ist ja klar und ach und dann wird, wenn weniger Geld gedruckt wird, wird mehr Geld gedruckt oder keine Ahnung. Ich will da ein bisschen für sensibilisieren für den Fall der Fälle, dass der Donnerstag anfängt anzukontern. Was darf der Donnerstag machen, damit er frei unten sich entfalten kann? Ich glaube, das ist das, was viele hören wollen. Ich bräuchte von ihm auf jeden Fall einen Stundenstoß unter 8,50. Das kann er per Abwärtscap bereits bringen, das wäre vollkommen in Ordnung, aber ich bräuchte ihn unter der 8,50, denn die 8,50 ist bullische Verteidigungszone gewesen die letzten Tage. Das heißt, drückt es uns den DAX unter die 8,50, kann er sich austoben. Also dann kann er vier, fünf Stunden kann er mindestens durchziehen, er kann sogar bis Tagesende durchziehen, das ist vollkommen legitim. Das heißt, wenn wir dort rote Kerzen sehen, wenn wir nur kleine grüne oder nur so eine Seitwärtsbewegung sehen und er zieht dann wieder nach unten an, sind das durchaus Short-Chancen, Short-Optionen, Richtung dann wieder 7,80, 7,60. Die 800, die fehlt hier noch so ein bisschen, einmal da noch drauf geditscht, nochmal ein neues Tief hier unter den Dienstag drunter gesetzt. Das würde ganz gut reinpassen, 7,60, 7,80 und geht er tiefer. Geht er tiefer, hatte dann wirklich auch viel Spielraum bis 6,70 und eben hier unsere eingezeichneten, was ist das so, 6,20. Das wäre für mich so das Extrem zum Donnerstag, aber wie gesagt, guckt genau hin, bitte. Ich weiß, das ist immer, also so Nachrichten triggern die Leute viel mehr, wie das, was ich erzähle. Das weiß ich. Das weiß ich. Ich weiß auch, dass ich mir einen Tag so tacken Wolf rede und volle Gegenspur kriege. Der ein oder andere, also wir haben so Tage schon ganz, ganz oft gehabt im DAX halt, auch nachrichtenbedingt, wo es dann klar war, Tragi öffnet die Schleusen und plötzlich knallte der Markt nach unten und alle wussten überhaupt nicht mehr, was los ist. Wir hatten eine komische Impfung, eine Grippe in China, wo alle gelacht haben, die ist ja total lächerlich und es ist doch bloß Schnupfen, es ist doch bloß eine Influenza und plötzlich krachtet der ganze Markt nach unten. Dann hatten wir unten an den Tiefs, hieß es dann plötzlich, oh nein, vielleicht ist es ja doch relativ gefährlich und auch, was das für langjährige Spätfolgen für unsere Wirtschaft hat und Katastrophe und hier muss man nur shorten und der Markt ist nur gestiegen seitdem. Deswegen geht mit ein bisschen gesunden Menschenverstand ran. Ich würde jetzt hier an eurer Stelle nicht einfach long gehen, weil alle anderen short gehen und man sich sagt, na das kann ja nicht funktionieren, nee, das ist kein guter Ratgeber. Ein guter Ratgeber ist auch nicht unbedingt jetzt zu sagen, oh Tapering, ich muss jetzt hier zwingend shorten. Ein guter Ratgeber ist zu gucken, habe ich rote Kerzen auf meiner Seite, ist die Dynamik da, bleibt die Dynamik da und dreht sich der Markt nach unten, bringt der flache Rückläufe oder dreht er sich zügig in den Rückläufen mit ab, kann ich weiter shorten und zwar eben in die Bereiche um 800, 87, 670 und im Extrem sogar 620. Wird die 2640. Wird ich zum Sonderstag als extrem unten mit rausnehmen? Sollten wir aber, so und da kommt jetzt der Punkt, wo man wirklich sich von der Fantasie her einfach offen halten muss und das ist die Aufgabe eines Traders sich zu öffnen, geistig sich zu öffnen, weil eben der Markt nicht rational ist, weil eben nicht immer das eintritt, was man glaubt. Sollte der von der 8,50 gar nicht gravierend nach unten machen und hier dicke grüne Stundenkerzen anfangen zu bauen, dann passt ein bisschen auf, der hat das Zeug zum Donnerstag aus solchen Kerzen locker bis zur 1620 zu ziehen und dann glaubt mir, den kotzen alle, den kotzen alle, weil sie alle in den Short drin sitzen und also ich würde einfach aufpassen. Ich würde jetzt nicht zum Donnerstag unbedingt sagen, man soll da Long suchen, aber wenn eine fette grüne Kerzen reinkommen und wir sehen das, was er die ganzen letzten Donnerstage immer wieder gemacht hat, dieses schöne runterstechen, nochmal tief reinhauen und dann dreht er sich ein, dann drückt er die grünen Kerzen rein, dann würde ich wirklich sagen, ein bisschen behutsam werden, ein bisschen aufpassen, weil er dann wirklich eben das Potenzial kriegt, halt nach oben dieses Überraschungsmomentum zu drücken. Alle rechnen jetzt, dass es richtig fällt, das heißt, das Überraschungsmomentum liegt ganz klar oben, das technische Überraschungsmoment liegt ganz klar oben und warum ist das so? Weil ganz, ganz, ganz viele private Anleger jetzt natürlich auch Short-Positionen eingehen und die hier oben absichern. So, und wann bringt eine Position einem anderen Gewinn, wenn ein anderer Verlust verbucht? Ja, und das hier entsteht, da könnt ihr ein Gift draufnehmen, hier entsteht jetzt ein riesen Stop-Loss-Haufen von allen, die jetzt hier reingegangen sind, mit Hebel 100, 250, keine Ahnung. Alle, die hier jetzt einen engen Hebel herangesetzt haben, weil sie unbedingt da Short mit bei sein mussten, die haben ihre Stops in dem Fenster. Ja, bis 1660 und ich sag mal vielleicht so zwischen 1589 bis 1660. Das heißt, wenn es den juckt, wenn es den wirklich juckt und er macht das, was er immer am Donnerstag macht, ist es vollkommen möglich, dass er runter sticht, sich dann grün auskontert, volle Pulle durchzieht, volle Pulle, dass kein Mensch mehr versteht, was überhaupt Phase ist, warum der überhaupt steigt, wenn der Tapering ist, dann vielleicht sogar zwischen 1620 und 1665 einen hochmarkiert und von dort wieder volle Möhre zurückkommt. Das wäre klassischer Donnerstag. Ja, das wäre klassischer Donnerstag. Diese Donnerstage, also der Donnerstag geht eher zur Seite, würde ich sagen, volatil zur Seite. Der haut auf beiden Seiten rum und dafür muss man sich ein bisschen öffnen. Damit er wirklich auf einer Seite langkommt, dann brauchst du ihn unter der 8,50 und dann muss er konstant durchschreiben und darf nicht viel Konterfläche geben, keine langen grünen Kerzen da rein und wenn dann direkt wieder abwirken, direkt runterdrücken, direkt runterdrücken. Ja, wenn man da sieht, dass da zu viel grüne Farbe reinkommt, auch so auf kleineren Zeiteinheiten, M5, M15 oder was man da gerne nehmen möchte, dann einfach Vorsicht. Weil das ist einfach Donnerstag. Ja, Nachrichten hin oder her. Das interessiert die Börse so nur rudimentär halt. Es geht primär darum, Geld zu verdienen. Und wenn er sich sagt, naja, ich will monatsendlich hier unten stehen und kann hier aber nochmal richtig Cash abholen hier oben, weil jetzt alle Short rein sind, dann kann der sich das holen. Ja, und deswegen passt er wirklich schön auf, wenn der DAX über der 8,50 bleibt und anfängt, nach oben zu drücken oder sich hier nach einer schönen langen Kerze direkt wieder auskontert und eine fette Grüne daneben stellt. Das sind, das ist dann Überraschungsmomentum und das geht ganz klar jetzt nach oben zum Donnerstag. Da sind wir uns alle einig, das wisst ihr, das versteht ihr auch. Passt bloß darauf auch auf, dass ihr dann handelt und nicht zuvor verfestigt da jetzt auf die News pocht und dass es jetzt, weil Tapering irgendwann im Januar, Dezember einsetzt, dass es wirklich jetzt auf den Schlag am Donnerstag schon tausend Punkte nach unten gehen muss. Da passt einfach ein bisschen auf. Das ist auch vollkommen legitim, dass der Markt sich erstmal ein bisschen, dass das einpreist halt noch ein bisschen, vielleicht ein paar Hochs abholt, ein bisschen Geld einsammelt und dann abkleidet und Dezember, Januar dann irgendwann in den Sinkflug übergeht. Das würde ja theoretisch sogar auch noch reichen, wenn dann die Notenbanken tatsächlich aufhören, die tägliche Geldmenge zu drosseln, die in den Markt gepumpt wird. Noch ist es ja nicht so, noch fließt ja noch das Geld halt, noch sind die Rohre voll offen. Und dahingehend einfach, möchte ich einfach ein bisschen, ne, guckt den Chart, guckt die Signale, versucht da ein bisschen neutral zu bleiben, euch nicht ganz zu sehr den Nachrichten unterzuordnen. Einfach aus dem Grund, weil wir zu oft sehen, ne, ich habe euch die Beispiele genannt mit Corona und Co. und was wir nicht alles hatten, dass es auch in die andere Richtung gehen kann, selbst wenn die Nachricht so eindeutig ist, wie es nur sein kann. Ja, das sieht man auch bei Zinssatzentscheiden zum Euro-US-Dollar, wo es dann eigentlich, wo es heißt, okay, die Geldmenge von der einen Seite wird ganz klar erhöht, die andere auf der anderen Seite gedrosselt. Das heißt, das müsste sich so drehen. Auch die Zinsen steigen auf der einen Seite, auf der anderen Seite sind sie bei Null. Und trotzdem findet es sich nicht immer so, wie das rational erklärbar wäre. Ja, und deswegen, Markt ist Markt, Börse ist Börse, am besten fährt man mit den Signalen. Wir haben jetzt hier ein Schott-Signal, auf jeden Fall. Kann das nach unten ausspielen, aber habt ein bisschen Respekt vor dieser Konterkraft, die einen Donnerstag aus ganz natürlichem Antrieb mit sich bringt, weil eben solche Termine immer unten als Tag rum platziert werden. Das ist kein Zufall, dass das jetzt am Mittwochabend kam. Das ist kein Zufall. Ja, also da ein bisschen aufpassen und versuchen, neutral an den Tag heranzugehen. Definitiv, Risiko ist jetzt unten raus, so wie der sich hier reingedreht hat, auch so wie der den Tag geschlossen hat. Definitiv ist das Risiko unten raus. Ja, es ist short legitim, aber pass auf, wenn er anfängt, das auszukontern. Ich würde mich nicht zu sehr, zu aggressiv dagegen stellen. Risiko wäre zu hoch, dass er einfach wieder das macht, was er immer macht. Und das wäre einfach alle floppen. Halt, ne? Und ja. Punkt. 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 Ende und aus. Damit wünsche ich euch viel Erfolg zum Donnerstag, gutes Gelingen und wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.